Ja, willkommen zurück auf Pandemica. Wir schwingen mit euch wieder über unsere Platte und zwar hin zu etwas Neuem, was wir aufgebaut haben. Nämlich eine wunderschöne neue Pflanze, die mir ausnehmend gut gefällt. Ja, die ist ganz einfach aufgebaut, wieder aus den Blütenkelchen, die wir schon ein paar Mal verwendet haben, mit hier in den Farben Transneon-Gelb. Ja, goldene Blätter am Boden mit dran und über blaue Stiele sind diese Palmenblätter eingebaut in Translight Blue, die einfach gut aussehen und die, ja, die wir schon mal auf der Platte verwendet haben, aber noch nicht ganz sicher waren, ob sie uns so gefallen. Ja, dann springen wir rüber zu unseren neuen Bäumen, beziehungsweise die haben wir in der Form ähnlich auch schon mal aufgebaut gehabt, Carla, gell? Ja, haben wir schon ein paar Mal. Ja, und die sind jetzt noch nicht auf der Platte verbaut, weil die werden für den kommenden Umbau benötigt. Wir zeigen sie euch mal von allen Seiten, drehen die ein bisschen in der Kamera, dann könnt ihr sie von links, von rechts, von oben und von unten angucken. Die Stämme sind wieder in Pearl Gold gehalten, die Blätter in Pink, Dunkelrot, haben wir auch schon in anderen Varianten verwendet, in Blau meine ich. Aber hier jetzt mal in Pink. Ihr wisst ja, bunte Farben mögen wir. Und dann kommen wir zu einem Set, dem 6806 aus der Classic Space Serie, das in etwas wilderen Farben auch wieder auf der Platte eingezogen ist, der Surface Hopper. Ganz, ganz kleines Set, besteht eigentlich nur aus einem Sitz, 6 Düsen und einem kleinen Tisch und den Schläuchten. Im Original ist es im Übrigen in hellgrau und schwarz aufgebaut. Das ist also jetzt hier rebricked in weiß. Und der Astronaut, im Übrigen der Body vom Astronaut, das ist vom Steine-Drucker, falls man den noch nicht kennt, der ja Custom-Bilds und Custom-Figuren macht und mir gefiel die Skin, deswegen habe ich die geholt. Nächster Sprung zu dem Mock, und zwar ich habe mir einen eigenen Kesselwagen designt, dass ich nicht nur auf die Originale von Bluebricks zurückgreife oder von Lego. Klar, das Oktan-Schild von Lego ist mit dabei, auf jeden Fall, der ist bis auf die Basis komplett selbst designt. Ich meine, nichts Besonderes, die leider oben ist, mit Minifigurenhänden auf Position gehalten, dass man hochsteigen kann. Und jetzt schwenkt man nochmal einmal kurz drum rum, dass ihr euch das alles in Ruhe ansehen könnt. Wie gesagt, ein ganz einfacher Kessel. Ja, die Katze im Hintergrund. Wir springen kurz zum letzten Drittel, das wir euch noch gar nicht so häufig gezeigt haben. Da haben wir zum einen die Fabrik mit der Destillationsanlage und ein Set aus der Light & Sound Serie damals noch, gehört aber auch zur Classic Space. Im hinteren Bereich haben wir die Landeplattform von Bluebricks, die mir sehr gut gefällt. Und mein Carla, die auch. Die werden wir uns nochmal holen, oder? Ja, sobald sie wieder verfügbar sind. Ja, das ist immer so das Problem, dass die guten Sets meistens sehr schnell vergriffen sind. Dann springen wir nochmal ganz kurz auf die bereits eingebauten Blümchen. Auch hier wieder in poppigen Farben, Lime, ich meine Dark Orange. Und ah ja, ganz wichtig, ich habe für den Core Magnetizer endlich die Hinges in dem Original von Emtron gekriegt. Bisher hatte ich Weiß dran. Jetzt ist natürlich die Frage, bleibt es so oder lasse ich wieder Weiß dran? Da vielleicht mal einen Kommentar da lassen, wie es euch gefällt. Und dann springen wir noch ganz kurz. Und zwar, wir haben ja, ja wir springen schon wieder. Wir haben ja noch eine Rakete auf der alten Platte bei der Monorail und die muss natürlich umziehen. Und zwar werden wir die mit dem Display und dem Raketenstartpunkt auf jeden Fall komplett umziehen. Und zwar springt die auch hier nach vorne zur anderen Rakete hin. Da wird einmal hier die Rakete stehen und hier in der Ecke irgendwo das Display. Muss ich dann noch verkabeln, aber ja. Und damit ihr seht, dass wir auch ganz viel aufbauen. Wir haben wieder eingekauft bei Lego und auch bei Blue Bricks. Neue Schienen sind da. Es sind neue Baseplates da. Das heißt, es wird demnächst wirklich der Berg komplett umgebaut. Die Platte wird ein bisschen vergrößert. Und ja, der Berg halt, wie gesagt, auch im vierten Teil ja schon erwähnt, neu aufgebaut. So, bevor wir jetzt aber viel zu viel quatschen schon wieder. Wir sagen auf jeden Fall wieder Tschüss. Und danke fürs Zuschauen. Lasst uns gerne ein Abo oder ein Like da. Und schaltet auch wieder ein. Das nächste Mal bei Steine im Weltall. Und wenn es weitergeht mit Pandemika. Dannet 4 2 4 5 Le 5 6 Vielen Dank.